so schon wieder samstag kurz vor elf ja und heute ist ziel ganz klar heute wird erst feierabend gemacht wenn aus der karren zündfunken rauskommt gegen mittag erwarte ich eine ersatzteil lieferung es kommt ein neuer kondensator neuer unterbrecher ja und dann haben wir eigentlich alle teile da die dazu oder die dafür zuständig sind dass dann zündfunken rauskommt also das könnte heute längeres video sein ja ich habe auch schon mal die ganze messtechnik rausgesucht die wir brauchen um den um die zündung einzustellen digital messgerät ja um den zündzeitpunkt einzustellen ja wundersamer weise hat sich die situation mit dem tank auch maßgeblich verbessert ich probiere mal ob er jetzt so rein looken könnt ja also ganz so beschissen sieht er wirklich nicht mehr aus also die zitronensäure hat da echt einen guten job gemacht ne also kann fast sagen dass die elektrolyse nicht so gut funktioniert hat oder die hat auch funktioniert keine frage aber den restlichen rost der jetzt hier nun hier drin rumschwimmt ja hat die zitronensäure echt gut rausgeholt ja ich mache noch mal ein waschgang ich lasse noch mal ein bisschen zitronensäure drin bevor ich es dann mit den rostio ausspüle das hat ja hier noch zeit bis ich hier kein zündfunken habe wo ich mich brauche ich mir auch keine gedanken darüber machen wie kriege ich denn jetzt sprit in die karre rein ja also jetzt geht es erstmal dran einmal den kontakt abziehen und zu gucken wie denn da jetzt so die situation ist ja bleibt dran geht gleich weiter so das muss ich euch zeigen ich habe den tank jetzt noch mal durch ein filter durchlaufen lassen um das rauszuholen was die zitronensäure da rausgeholt hat ja das ist schon beeindruckend ne ja das ist ja nicht irgendwas das ist eigentlich alles rost was an der wandung des tankes ist ja also ich habe jetzt die zitronensäure kann ich sicherlich auch noch ein zweites mal benutzen die mischung die ich da angesetzt habe ja das ist noch mal drin um die reste da rauszuholen und dann bin ich eigentlich zuversichtlich dass wir den tank tatsächlich noch retten konnten ja dann zur zündung weiter geht es mit der zündung ich habe mal das polrad abgemacht um mindestens hier mal ein bisschen die kontakt hier zwischen zu reinigen ja ich nehme dafür so ein 2000 papier ziehe das vorsichtig durch die kontakte ja dann kommt das polrad drauf und dann werden wir mal die zündung einstellen ich habe hier schon mal die uhr eingebaut wenn ich jetzt entsprechend hier an der kurbelwelle drehe seht ihr dass der jetzt drehe geht nach oben jetzt muss man halt den höchsten punkt finden eben waren es 11,44 beim höchsten punkt 11,41 11,43 wenn ich den weiter drehe ist denn da der umkehrpunkt ja also 11,43 der ot kann man mit dieser digital messuhr auch wirklich wunderbar einstellen wenn man nicht gerade eine kamera in der hand hat ja also ihr seht die digital messuhr funktioniert wirklich hervorragend stelle das jetzt ein macht dann das polrad wieder drauf und guck mir denn dann mal an wie den zündung eingestellt ist ja habe ich gerade die kontakte sauber gemacht hier oben und dann dachte ich naja wenn ihr die zündung schon mal oder wenn ihr das polrad schon mal ab passt messe doch mal den kondensator durch ich habe ja diesen komponenten tester da und ich weiß dass der 0,22 mü f oder 220 nano farad haben muss und wollte jetzt hier die schraube mal lösen und dabei taucht tatsächlich das problem auf was viele kondensatoren haben aber nicht haben dürfen nämlich das hier ich weiß nicht wie gut er es auf der kamera sieht aber der kondensator dreht sich im gehäuse ja und das ist eigentlich so ein ko kriterium für diese kondensatoren das darf eigentlich nicht sein ich werde den jetzt mal ausbauen den wert mal messen und selbst wenn der wert stimmt heißt es immer noch nicht dass der kondensator in ordnung ist weil man müsste die spannungsfestigkeit prüfen ja da gibt es ein verfahren mit 230 volt und eine lampe und dann kann man tatsächlich im belastungsfalle prüfen ob der kondensator ja noch funktioniert werden wir jetzt so nicht machen ich werde den kondensator aber trotzdem ausbauen ja und dann entsprechend mal testen und ja wie gesagt es kommt ja neuer kondensator er sollte ja mittag hier sein und dieser stunde dies noch dauert die die zeit habe ich natürlich dann auch noch ja also kondensator raus so ich habe jetzt die platte mal grundplatte mal gelöst ja also ich weiß nicht das sieht mir auch alles nicht so richtig original aus irgendjemand hat vielleicht mal den kondensator gewechselt und den dann war sie nicht mit einem hammer eingearbeitet keine ahnung der sieht doch wirklich ziemlich ramponiert hier unten im teller aus im becher ja ich guck mal dass ich den jetzt raus nehme und dann mal auf die werkbank lege ok weiter jetzt ja grundplatte raus kondensator aus er ging ziemlich schwer raus weiß nicht ob das so original sein muss ich habe jetzt hier den kondensator da steht drauf rft ja und dann irgendwas mit 0 22 mü f muss eigentlich 0,22 mü f sein könnte es auch sein die bezeichnung ja und unten das datum das ist leider so abgescheuert das kann man leider nicht mehr lesen ja ich habe es jetzt mal angeschlossen an den komponenten tester ja ihr seht ganz so schlecht ist der nicht der 240 214 nano farad also 0,21 mikro farad ja schlecht ist er nicht ja wie gesagt man müsste den jetzt auf spannungsfestigkeit noch prüfen und dann wirklich ganz sicher zu sein dass das alles in ordnung ist ich krieg nachher 9 eingekauft von der firma die ein bisschen besser ist wenn ich einbauen dann haben wir das problem eventuell schon mal ausgeschlossen ja der unterbrecher den werde ich auch austauschen nicht weil die kontakte da so geschissen aussehen sondern weil einfach das kunststoff hier unten hätte das ja das hier raus ja dieses weiße irgendwie total eingelaufen aussieht und auch schwarz wenn ich nur unterbrecher habe brauche ich den auch ein ja also warten auf teile und dann geht es weiter so ich habe ein fehler gefunden ich habe hier mal modimeter angeschlossen ohmmeter das ist die dass die leitung die hier zu den unterbrecher kontakt hingeht wenn ich jetzt hier auf diesen kontakt gehe mal festmachen die messklamme geht er dass er ja nahezu 0 ohm ist so und es geht ja hier ein kleiner draht um den kontakt herum kleiner draht um den kontakt herum und geht auf diese kontakt fläche nicht hier noch messe 0 ohm und wenn jetzt auf der anderen seite messe 0,99 mega ohm und der kontakt ist geschlossen ja ich gebe mal aus da außer davon aus dass die kontakt fläche verbrannt ist ja auch wenn ich hier direkt hier unten am kontakt fuß messe immer noch ein meck oben ja ich habe ja die kontakt fläche auch entsprechend gereinigt gehabt hier mit mit entsprechenden sandschleifpapier oder nassschleifpapier und ich habe auch entsprechend das auch noch ganz eben noch mal mit kontaktspray bearbeitet das hat alles nicht geholfen ja ausgeglüht der kontakt denke ich mal der ist fertig ich werde das noch mal ausbauen ja und dann neuen kontakt einbauen und dann sollte ich das können den zündfunken problem eigentlich gelöst haben also ich bin sehr zuversichtlich weil das ist ein dicker fehler so die ersatzteile sind jetzt endlich angekommen neuer kondensator ich habe noch schon mal durch gemessen ja ähnliche werte der 217 nano fahrrad und ein bisschen höheren esr widerstand aber im prinzip das gleiche ja beim kontakt ist es so ich hab mir mal durch gemessen wenn ich jetzt tatsächlich hier mal auf dem messpunkt gehe komme ich auf ja so wie es sein sollte entsprechend den niederohmigen wert den ich ja mit denen hier nicht erreicht habe ja weiß ja was mit denen los ist ob die kontakte da verbrannt sind es ist ja auch schon wirklich dolle alt jetzt machen wir alles fresh neuen kondensator neue unterbrechung unterbrecher und dann hoffe ich dass dann funken auskommt ja werdet ihr ja gleich sehen so wenn man beim schrauben noch langeweil hat dann kann man nebenbei noch das weidezaungerät der frau reparieren aber deswegen seid ihr ja nicht hier ja kein pferdekanal kann man kümmern uns um pferde stärken so also alles eingebaut was gibt es zu beachten besonders wichtig ist dass man diese mutter mit gefühl anzieht nicht dass man das überdreht und hier wieder die verklebung des kondensators der folie innerhalb des bechers raus reißt das wäre nicht so schön ja wenn ich mir den neuen kontakt jetzt bei genauerer ansicht noch mal anschauen fällt deutlich auf dass die kontakt kontakte hier die hier verbaut sind in den neuen deutlich mehr futter haben als das hier also die müssen schon ganz schön verbrannt sein hier sieht man dass sie doch deutlich besser aussehen ja so die sind jetzt eingebaut und jetzt hatte ich ja die grundplatte raus und jetzt muss man natürlich die grundplatte wieder einstellen sprich die zündung einstellen ja ich fange jetzt erstmal oben an ot zu finden und dann 1,8 zurückdrehen ja oder erst um ot dann müssen hier 0,4 sein das stelle ich ein und dann drehe ich zurück und stelle die grundplatte ein ja wenn das passiert ist nehme ich wieder dazu und dann geht es weiter ja ist eine ziemliche fummelei ich habe jetzt hier so einen ganz langen schraubendreher genommen ja wenn man die mutter zum fest drehen dreht kann sein dass ich wieder der der abstand der kontakte ändert ich habe jetzt hier 04 saugend ja ich glaube das ist jetzt ok ja jetzt haben wir 11,42 ot jetzt 1,8 mm zurückdrehen und dann müssen hier die die markierungen die da sind entsprechend übereinander sein und das macht man mit der grundplatte ja geht weiter so wir kommen zum höhepunkt des tages die zündung ist wieder zusammengebaut oben eingestellt war ja bei 11,42 1,8 millimeter zurückgedreht ja die marken haben dann hier auch entsprechend so übereinander gepasst ich habe dann geguckt dass der kontakt entsprechend dort auch öffnet tatsächlich habe hier eine 0,05 lehre zwischengelegt ein bisschen weniger als ein blatt papier das hat 0,08 ja also der kontakt öffnet ja genau da wo es auch tun sollte ich habe dann mal bin direkt von der zündspule kommen von der lichtmaschine hier auf den entsprechenden pluspol der zündspule gegangen ja und jetzt müsste nach adam riese hier in zündfunke rauskommen wenn man alles richtig gemacht hat nehmen jetzt hier mal so eine bohrmaschine aufs polrad und das einmal laufen und dann muss dann funken kommen ja ja habt ihr gesehen der funke ist da funktioniert jetzt ist natürlich die frage wie gut ist die zündung eingestellt aber das wird man dann sehen wenn sie läuft werde jetzt noch mal die vergaser dran bauen bisschen gemischt zusammen mischen und mal gucken ob sie hustet ja und dann sind wir nur eine woche weiter als geplant und vielleicht gibt es ja schon mal ein ton von sich ja prima also zündung erneuert kontakt neu gemacht kondensator neu gemacht eingestellt ist ein bisschen fummelig aber das geht und ja mal gucken ob sie dann entsprechend gleich läuft so weiß jetzt ja schon 26 mal erzählt habe mache es jetzt mal was sie angeschlossen ja ihr habt ihr gesehen zu entspannen ist da sind kerze funkt aber jetzt war ja immer noch die frage naja wie viel haut er denn tatsächlich raus habe jetzt hier noch mal eine bohrmaschine dran ja ich hoffe ihr könnt das jetzt einigermaßen sehen wenn ich es mal laufen dass ja das ist das signal das kopf ist drauf 1 zu 10 und wenn ich richtig geguckt habe ein bisschen über 150 volt tatsächlich hätte ich nicht gedacht dass da so viel rauskommt wie gesagt bei den normalen konnte mal so 65 raus bei den ich nenne es mal normalen standard rollern ja abschlussbericht es ist jetzt wenn ich viertel nach fünf ja heute morgen künftig begonnen tages hier war klar gesetzt ging darum dass ein zündfunken rauskommt ja hätte mir natürlich gehofft dass der motor nix noch ein bisschen hustet jetzt hier mal provisore sprit angeschlossen ja überhaupt gar keine reaktion sehr ernüchternd zündfunken nach wie vor da das habe ich geprüft zündung habe ich ja eingestellt aber er sagt nichts an hustet noch nicht mal mit startpilot oder bremsenreiniger ja hatte ich eigentlich nur einmal und da war ein simmering raus geflogen dass er deswegen gar nicht angesaugt hat ja also heute kommen hier fahrt jetzt erstmal nicht weiter ja muss ich mir was einfallen lassen druckverlust prüfung irgendwie machen aber da muss man auch aufpassen dass man denn die simmering nicht so raus knallt ja also tages wie trotzdem erfüllt sind funke da alles andere die tage ja also glocke drücken abonnieren und bleibt dann bei geht bald weiter